Liebe Weltbindkundinnen und Kunden, ich bin René Hilbrand, Autor dieses Buch. Hierin hat es die lustigsten Gags und Sprüche und Witze von all meinen Büchern, die ich in den letzten 35 Jahren verfasst habe. Es ist ein wunderbares Geschenk, es ist auch etwas, was man aufs Nachttisch legen kann und fröhlich munter einschlafen, nachdem man so richtig gelacht hat. Ich wünsche Ihnen im Lesen viel Freude und Spass.